So, weiter geht's mit einer neuen Folge Knights of Honor 2. So sei es genau, ging heute vergessen. Wir sind ja im Krieg gegen Polen und werden den jetzt hier auch zu Ende tragen. Wir wurden während der Plünderung einer Siedlung besiegt. Genau. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Sollen gehen los. Genau, unsere Wüste. Söder. Wir ergeben uns nicht. Haltet Stand. Diese Hasenfüße laufen davon. Für die Ehre. Angriff. Ja. Eure Befehle? Wir sind unterwegs. Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Genau. Sofort. Ja, mein Herr. Wom geht er jetzt? So, Polen fliegt hier gerade. Meine Truppen warten. Ich bin bereit. Das ist natürlich sehr gut. Respektiert meine Autorität. Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Ja. Kostet wieder 9400. Das Geld haben wir da nicht. Moment. Sollen wir los. Gut, dann werden wir jetzt. Wie lautet euer Befehl? Äh, endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Sofort. Let's go. Ja, ja, ja. Wir finden eine Lösung. Fühlt ihr die kalte Hand des Todes? Nein. Jetzt nicht. Eure Befehle? Gut, können wir Krakau einnehmen? Das ist die Frage. Kämpft um den Sieg! Krakau. Einnehmen oder auch nicht. Wir haben 6000 zu 8000. Ja, mein Herr. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Das wird... Boah, Polen hat eine sehr, sehr gut besetzte Stadt, ne? Mein Schwert gehört euch, Majestät. Ich bin bereit. Goal. Geletenheit vergessen. Fühlt ihr die kalte Hand des Todes? Genau. Genau. Ich werde diese Belagerung aufheben. Los geht's! Majestät, die Plünderung wurde von feindlichen Truppen verhindert. Die Narren sind reingefallen. Der Feind wird fallen, das schwöre ich. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Respektiert meine Autorität. Segen oder sterben! Müssten wir doch eigentlich schaffen, oder? Sollen wir los? Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Zack. Zack. Und dann werden wir jetzt... Zeigt keine Gnade! ...20090. Wir sollten das eigentlich hinbekommen. Wir sollten das nicht hinbekommen. Können wir halt vergessen. Was? Jetzt? Wir werden wir zurückrufen. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Let's go. Ablehnen. Ablehnen. Einen taktischen Rat? Wir wollen keinen Krieg. Sie rennen wie die Hasen. Wir haben einen fremden Ritter gefangen, Majestät. Für die Ehre! Angriff! Bereitet die Belagerungsausrüstung vor. Kämpft um den Sieg! Eure Befehle? Zurück zur Burg. Respektiert meine Autorität. Wir kämpfen wann anders weiter. Wie lautet euer Befehl? Der Feind hat die Plünderung durch uns verhindert. Okay. Ja. Zeit zum Aufbruch. Mein Herr. Mein Schwert gehört euch. Nicht unbedingt. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Let's go. Krieg beitreten. Was ist euer Wunsch? Meine Truppen warten endlich zu Hause. Endlich wieder warmes Essen. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Es zieht Krieg auf. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Mein Herr. Was ist euer Wunsch? Ja, mein Herr. Hungern wir Sie aus. Befestigt ein Lager vor Ihren Toren. Los geht's. Ich will Breslau, äh Krakau jetzt einnehmen. Definitiv. Denn die haben uns viel zu lange jetzt genervt. Also Polen muss fallen. Geht nicht anders. Polen wird hoffentlich fallen. England, Verwandtschaft. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Das werden wir hier deutlich verlieren. Die Welt steht euch zur Verfügung. Hoffentlich nicht das. Wir mussten die Plünderung einer Siedlung abbrechen. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Diplomatische Botschaft. So, Dänemark mischt jetzt auch ein bisschen ordentlich mit. Aber, dass sich Polen jetzt hier selber ein Bein gestellt hat mit dem Angriff auf uns, kostet sie wahrscheinlich die Existenz. Also es sieht im Moment alles sehr, sehr gut aus. Das dürfen natürlich noch nicht zu. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Perfekt, so sei es. War hier nicht noch ein Söldnerlager oder haben wir das gerade schon aktiviert? Das haben wir schon aktiviert, ne? Toll. Ah, nee. Ja, mein Herr. Ihre Anweisungen sind mir befehlt. Und du gehst jetzt auch nach Polen. Perfekt. Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert. Perfekt. Ja, ja. Die Stadt wird auf jeden Fall fallen. Müssen wir halt gucken, dass wir genügend Nahrung haben, ne? So, und dann werden wir Brandenburg jetzt erstmal hier weiter ausbauen und zwar das Magnetstein. Mein Name ist ganze Goldsäcke wert. Magnetstein brauchen wir. Ich kehre mit leeren Händen zurück. Genau, das haben wir jetzt. Und das können wir jetzt produzieren. Perfekt. Und es hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Eine der Provinzen hat eine fremde Religion angenommen. Ähm, okay. Ja, Krakau wird fallen. Das sehen wir jetzt. Da wird es auf jeden Fall keine Diskussion geben. Das wird fallen. Und Polen. Ihr seid derjenige, der sehr bald reich sein wird. Kuss. Erwischt worden. Zu euren Diensten, Majestät. Ich frage mich halt, was das soll. Ihr braucht nur noch keine Nahrungsmittel. Heute werden die Geschäfte laufen. Ähm. Majestät, Muslime haben den Dschihad ausgerufen. Unsere gnadenlosen Armeen haben eine feindliche Siedlung niedergebrannt. Wie lautet euer Befehl? Ja, plündern ist blöd, weil es die Beziehung ruiniert. Und diese Söldnerlager machen nichts anderes als zu plündern. Und das ist blöd. Für die Ehre. Angriff. Es bringt uns nichts, letztendlich. Das nervt mich ein bisschen. Bald durchbrechen wir ihre Abwehr. Der Feind wird stärker, Herr. Ich bin auf eine wahre Goldader gestoßen, Majestät. Haben wir nicht die Beziehung zu Ungarn? Nee, Schottland und Bulgarien. Oh oh. Unsere Speer haben ein Söldnerlager entdeckt. Oh oh. Wir müssen. Stopp kurz. Wir müssen. Die Bulgarien. Das ist egal. Manchmal ist Diplomatie der beste Weg. Wir müssen zu Ungarn. Weil sonst haben wir gleich ein richtiges dickes Problem. Genau. Ungarn. Unbedingt. Ungarn. Wenn wir jetzt Ungarn noch als Gegner haben. Das wäre. Ähm. Hallo. Zu euren Diensten, Majestät. Nee. Ihre Herrschaften werden mich anbeten. Okay. Ja, geht nicht anders, weil Ungarn jetzt schon im Krieg mit eingetreten ist. Letztendlich. So. Ich kann gleich nochmal, wenn wir Krakau eingenommen haben, äh, weiter zu. So sei es. Ja? Betrachtet es als erledigt, Majestät. Ich will nicht... Politische Übersicht. Bei Ungarn. Sie haben mich nicht eingesperrt, Majestät. Ein guter Anfang. Ja. Die Stadt wird fallen. Ich bin bereit. Und dann werden wir jetzt hier Nitra gleich noch einnehmen. Was ist euer Wunsch? Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ablehnen. Machen wir jetzt hier mal ein bisschen schneller. Wir haben eine feindliche Siedlung geplündert. Ja. Nicht gut. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Ja, mein Herr. Bereit für den Kampf. So, komm. Wie lange im Pauk das jetzt hier noch? Mein Schwert gehört euch, Majestät. Ich will nicht plündern. Sollen wir los. Das ist so blöd mit diesem Plündern. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Okay. Das geht. Es ist besser. Ja, der Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Ja, plündern ist immer richtig blöd, weil es die Beziehung einfach so ruiniert. Das ist echt nicht gut. Dann können wir jetzt hier erstmal endlich mal durchführen. Das ist euer Wunsch. Theoretisch hätte ich schon mal die Schlachter zu kriegen. Bereitet die Belagerungsausrüstung vor. Unsere Armeen haben eine Siedlung gebrannt, schatzt. Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Wir haben verloren, Majestät. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Also plündern ist... Ich wiederhole mich da. Großangriff, let's go. Kämpft mit Ehre! Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Eure Befehle? Ja, mein Herr. Zurück zur Burg. Okay, Polen hat da eine Riesenarmee anscheinend. Das habe ich jetzt ein bisschen... Eine Verbesserung wurde abgeschlossen, Herr. Königreich wurde zerstört, ja. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesehen. Das macht erstmal nichts. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Kann ich im Moment noch nicht... Eine Schlacht wurde verloren. Wir haben eine feindliche Siedlung geplündert. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Abreden. Das wird das Geld wert sein. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Unsere gnadenlosen Armeen haben eine feindliche Siedlung niedergebrannt. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Alles lief genau nach Plan. Oh Mann. Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Ja? Eure Anweisungen sind mir Befehl. Also. Wenn wir diese Statizie eingenommen haben, will ich ihm wieder. Majestät, die Plünderung wurde von feindlichen Truppen verhindert. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Okay. Ich bin bereit. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Feindliche Truppen wollen unsere Belagerung brechen. Großangriff. So, endlich. Gebt reichlich für meine Geschäfte. Majestät, wir haben eine weitere Provinz erobert. Unsere Armee wurde beim Plündern einer Siedlung besiegt. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Die Stabilität einer unserer Provinzen ist bedroht. Wir haben eine feindliche Siedlung geplündert. Ja, jetzt machen uns gerade so viele Feinde. Oh Mann. Wie lautet euer Befehl? Okay, der kämpft jetzt hoffentlich gegen den. Ja. So, ich lasse uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Er sorgt hier gerade für Ordnung. Nur Mut. Angriff. Gut, das kann unsere Siedlung und Lager alles selber klären. Ketzerei und Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Eine gute Strategie. Segen oder sterben. Er sorgt hier gerade für Ordnung. Der Feind hat die Plünderung durch uns verhindert. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Zeigt keine Gnade. Majestät, unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Majestät, die Plünderung wurde von feindlichen Truppen verhindert. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Die Ordnung in der Stadt ist wiederhergestellt, Majestät. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Was ist euer Wunsch? Wir wurden während der Plünderung einer Siedlung besiegt. Okay, so sei es. Ketzerei und Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Wir mussten die Plünderung einer Siedlung abbrechen. Eine unmögliche Mission. So, da gehen wir den jetzt auch nochmal rein. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Unsere Armeen waren in der Schlacht siegreich. Wir haben die feindlichen Eindringlinge vertrieben. Ketzerei und Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Gut, also. So sei es, möchte Polen jetzt endlich Frieden haben. Der Krieg ist vorbei. Möchten Sie? Unsere Truppen haben das Schlachtfeld verlassen. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Oh ja. Was ist euer Wunsch? Genau. So, das hat sich gelohnt, der Krieg. Denn wir haben jetzt eine Provinz mehr. Pohnen ist geschwächt. Wir müssen jetzt aber unsere Beziehung... Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. König England. England hat... Ich muss das einmal ganz kurz nachdenken. Also Polen hat feindlich Verbündete, viele, aber auch Feinde, viele. Das bedeutet Dänemark, Schottland. Wir finden eine Lösung. Ich kehre gern zurück, Majestät. Die Adeligen hier sind echte Bauern. England führt, Frankreich führt Krieg. Das kann jetzt auch entscheidend sein. Wir wollen dieses Gebiet hier oben haben. Das bedeutet, wir dürfen nicht angegriffen werden von Ungarn und Polen. Wir müssen ablegen. Gebt nicht. Wir müssen erstmal die Stabilität mit Polen und Ungarn. Befreundschaften gibt es nicht. Ich packe und breche sofort auf. Genau. Ähm. Sofort. Gut, das bedeutet, wir werden jetzt aber trotzdem... ...uns bemühen. Sollen wir los? Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Genau. Genau. Wir wollen ja, dass ich bin da. Was soll ich Ihnen sagen? Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Genau. Wir werden jetzt am Auge drücken, nach unten fokussieren. So. Kunstakademie bauen wir dann auch aus. So. Der Krieg gegen Polen ist vorbei. Letztendlich haben wir den gewonnen. Politische Übersicht. Wir haben ein Gebiet mehr. Polen hat ein Gebiet mehr verloren. Ähm. Ja. Audience anbieten. Nichts angriffsfucked. Ablehnen. Audience verlassen. Gut. Ungarn. Negativ eingestellt. Audience. Anbieten. Nicht angriffsfucked. Ablehnen. Ne. Die wollen Geld haben. Das wollen wir aber nicht. So sei es. Gelegenheit vergessen. Expedition. Ähm. Okay. Ja. Innsbruck ist auch noch so ein Problem. Aber letztendlich. Der Krieg war. In Anführungsstrichen erfolgreich. Polen hat sich quasi silber. Wir haben die Unterstützung einer großen Macht erlangt. Schließen. Audienz. Anbieten. Also Frankreich ist sowieso gut auf uns zu sprechen. Das ist sehr klar. Ich stehe euch zur Verfügung, Herr. Ähm. Hallo. Okay. Nach Dänemark. Heute werden die Geschäfte laufen. Ähm. Export erstmal einstellen. Wir haben also bessere Alternativen? Ja, das haben wir. Neue Geschäfte? Ähm. Nee. Hallo? What? Ah, weil wir keinen... Zu euren Diensten, Majestät. Handel mit... Mit Frankreich haben. Deswegen. Wen soll ich überzeugen? Handel mit Frankreich. Ich stehe euch zur Verfügung, Herr. Die war nicht. Wir finden eine Lösung. Wo winken die Profite? Okay. Die Welt steht euch zur Verfügung. Okay, wir haben es uns gerade mit Frankreich. Meine Truppen warten. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Hä? Mit euch haben wir nichts zu tun. Rebellen. Das wird sich als profitabel erweisen. Okay. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich denn jetzt die... Neue Geschäfte. Frankreich. Genau, Frankreich. Perfekt. Okay, Leute. Wir sehen uns denn in der nächsten Folge. Lass gerne eine Bewertung da. Die haben wir gewonnen gegen Polen. Das heißt gewonnen. Er ist natürlich noch nicht zu Ende. Wir werden uns jetzt aber mit Frankreich gemeinsam auf England konzentrieren. Sollen wir los? Ja, das machen wir jetzt. Wir werden unsere ganzen Armeen da hinschicken und Frankreich unterstützen. Denn wir wollen ja diese Ecke hier haben. Wir wollen uns hier ausweiten. Ja. Und das wird sehr, sehr spannend werden, ob wir es gegen England schaffen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Pul内.